Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission, für die Mitglieder des Rates. Frau Bundesrätin. Ja, danke Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Ständerätinnen und Ständeräte, wenn Ihnen heute der Bundesrat die Ablehnung dieser Motion vorschlägt, dann nicht, weil er inhaltlich grundsätzlich nicht einverstanden ist, sondern weil der Bundesrat Ihnen ein anderes Vorgehen vorschlagen möchte. Aber der Handlungsbedarf, hier eine Regelung zu finden, die den unterschiedlichen Interessen gerecht wird, das ist auch die Meinung des Bundesrates. Es wurde gesagt, die politische Diskussion zur Liberalisierung der Pokerturniere wurde durch einen Entscheid des Bundesgerichtes im Jahr 2010 ausgelöst, und zwar indem das Bundesgericht und nicht der Casinoverband, sondern das Bundesgericht entschieden hatte, dass solche Turniere eben Glücksspiele sind und nicht Geschicklichkeitsspiele darstellen und somit eben nur heute innerhalb von Spielbanken angeboten werden dürfen. Nicht betroffen, das möchte ich doch auch betonen, weil das zum Teil auch immer wieder anders behauptet wird, nicht betroffen von diesem Urteil ist das gelegentliche Spiel im Familien- und Freundeskreis, dass solche Spiele sind erlaubt, waren erlaubt und können auch heute gespielt werden. Wenn es aber um die Liberalisierung von Geldspielen geht, dann war der Bundesrat bisher doch immer zurückhaltend. Der Bundesrat ist der Meinung, dass man hier doch erst nach reiflicher Überlegung eben auch zur sozialen Problematik und zur Frage der Kontrollierbarkeit dieser Spiele erfolgen soll. Und es war dem Bundesrat bisher wichtig, im Bereich der Geldspiele ein klares System zu erhalten und dieses nicht mit Einzelfallregelungen und Einzelfallausnahmen zu durchlöchern. Jetzt nach der Annahme des Gegenvorschlags zur zurückgezogenen Volksinitiative wird die Gesetzgebung über die Geldspiele gesamtheitlich überarbeitet. Und das gibt jetzt auch einen neuen Handlungsspielraum. Ich darf Ihnen sagen, die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Wir haben sogar bereits vor der Abstimmung damit begonnen. Es gibt eine breit abgestützte Projektorganisation, die in allen Belangen der Geldspiele prüft. Auch die Frage der Pokerspiele. Es arbeiten diverse Experten mit, eben auch aus dem Bereich der Suchtprävention. Und gerade der Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren der Geldspiele war ja auch eines der wichtigsten Ziele dieses neuen Verfassungsartikels. Vor dem Hintergrund der Arbeiten, die eben jetzt laufen, möchte sich der Bundesrat heute nicht für oder gegen die eine oder die andere konkrete Vorgehensvariante aussprechen. Und der Bundesrat bittet Sie, das auch nicht zu tun. Gerade der Änderungsantrag Ihrer Rechtskommission und die Tatsache, dass es sich hier jetzt schon um die dritte Variante der ursprünglichen Motion von Herrn Nationalrat Lukas Reimann handelt, zeigt doch, dass es eben schwierig ist, schon heute die richtige Lösung zu bestimmen. Natürlich, Ihre Rechtskommission, das möchte ich durchaus anerkennen, hat gewisse Probleme bereits erkannt. Nuancen wie die Örtlichkeiten, in denen gewisse Spiele erlaubt sein sollen, sollten eben gut überlegt sein, weil sie können entscheidende Auswirkungen haben auf die Kontrollierbarkeit und damit auch auf die soziale Gefährdung. Sie sehen, die Fragen sind offenbar nicht ganz leicht zu lösen. Und deshalb schlägt Ihnen der Bundesrat vor, heute keine materiellen Entscheidungsfällen, sondern die Ergebnisse der Projektarbeiten abzuwarten und damit auch der Gesetzesvorschlag, der Ihnen der Bundesrat vorlegen wird. Das sind die Gründe, weshalb der Bundesrat Ihnen heute beantragt, die Motion abzulehnen. Aber noch einmal, wir sind uns einig, es gibt Handlungsbedarf in diesem Bereich und der Bundesrat ist sehr wohl bereit, auch diesen Bereich, aber eben im Rahmen eines gesamtheitlichen Vorgehens auch anzuschauen. Wir haben folgende Ausgangslage. Die Kommission beantragt die Annahme eines geänderten Motionstextes. Festhalten an der Version des Nationalrates ist nicht beantragt. Hingegen beantragt der Bundesrat, Ablehnung der Motion. Wer mit der Kommission den geänderten Motionstext annehmen will, bezeuge es mit der Hand. Wer den Text mit dem Bundesrat ablehnen will, bezeuge es mit der Hand. Sie haben dem geänderten Motionstext zugestimmt mit 28 gegen drei Stimmen. Die Vorlage geht zurück an den Nationalrat.